So, dann gucken wir mal rein. Konsumgenossen. Keats 19. Präzision 87. Interessant. Haben die alle Splitterbomber? Ja, natürlich. Luigi-Failen. Hat doch 6 Leute getötet. War schon nice. 250. Ja. Vergangenheit 2002. Gesamtschein. Banjo 3. 416 Kids. Oh, die haben wenigstens Kids. Und sie haben ja keine geschafft. Meine blöden Klassenkameraden, ey. Sind ja auch dumm wie Scheiße, alter. Gut. Okay, Luigi-Failen. So. Hier haben wir so viel ja nichts erreicht, die Grün, ey. Ja. Gut. So. Dann gehen wir noch mal in den Kamparknit rein. Ich suche erstmal so ein paar gute Missionen aus, die nicht so schwierig sind. Welche können wir denn nehmen? Ähm. Mach dir mal mal Kamparknit in dein Ding zusammen. Ich werde dir ja richtig schön langsam scherben lassen. Ich mach jetzt mal richtig schön langen Kamparknit in deinem Kampf. Also so als Wiederholung so ein bisschen, als fastes Gag. Benjamin ist ja nicht da, der kommt erstens in zwei Wochen. Wie ist er bei der Stil Berlin Fahrt? Und da werde ich wahrscheinlich neue Spiele bekommen. So. Ob ich Glück habe, kann ich euch nicht sagen. Ob ich Glück habe, kann ich euch nicht sagen. Jungs. Okay. So. Ich geh jetzt einfach ein paar Sekunden da oben im Feuerziehenberg einfach zunichte, alter. Ich will mich ein bisschen höher stehen und springen ihn alle rum. Die Dämmenbande. So steh mich hier rum. Ein bisschen Damage. Sogar er troppen. Nice. Tschüss. Die Dämmenbande. Der hat dir für die Konsum in Außen genommen. Yes. Von dem Konsum Handels in Außenschaft eben schlau. Ja. Wow. Hat ein geiles Gebäude gehabt deswegen. So. Ach, leck mich doch. Wie ein Panzerhof. Hm? Yes. Yes. Feuer im Ruhr. Feuer im Ruhr. Der war ein bisschen zu dumm. Und da kann man sehen wie klein die Wumstreddy-welten sind. Ach, da freut sich das Kind. Und. Den sammeln wir gleich in. Das ist die erste Wurms 3D Welt war ey. Das ist schon krass. Wow. Heavy. 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 And he's gone for the box. And he's gone for the box. And he's gone for the box. Yes. So. Ich geh eigentlich nach oben. Ich will einfach... ...wischen den Wehrbombardier an. Hm? Ich tu jetzt mal so auf dumm, aber wie gesagt. Ich will einen langen Kampf haben. Oh? Kann ich aus sagen. Genau. Ich bin lagerbar. Lange pretending endlich. Die ganz giftigen Kollegen, alter. Keine Dernsammeln, aber Leute, ich will einfach Spaß haben. Ich will einfach nur Spaß haben. Meine hier Speed Gamer hätten schon nichts hinbekommen, aber... Spider-Kill? Kann das sein? Wenn sie zu viel Schaden machen, richtig. Wow. Ja, war gut. War nicht so dumm. Wir müssen den Wind nämlich aushaben. Bäscher, Alter. Hey, get off of my boogie. Pfff. Da mal 3x10 Minuten machen, weil da mal 3 Kampagnen durch. Spider-Kill. Wow. Hey. Moment. Bäsch. Bäsch. Tschüss. Ach, der kommt nur nah, der Penner. Er schaufelt sich ein Grab, ey. jestier. B Lau-la-la. Bu-la-la-la. B passed, der người Kumpel. Wo ist dein kleiner Kumpel? Da. Versuch mal wirklich von unten anzugreifen, wenn nicht da oben zu kommen. Werke ist schon schön zerfickt, Alter. Heinz ist bereit für den Jachschlag. Die erste Granate, Leute. Tja, was für eine Granate. Penna? Sag auf Wiedersehen. Oder sag, wir kommen nochmal. Sie haben diese Beschwerden, den Bergwürzer fickt, Alter. Jetzt werden sie so ungeduldig. Jetzt werden die Penner ungeduldig. Ich muss doch jetzt so einen Kampf machen, wo man einen da oben kommt, Alter. Als ob das ein Endboss wäre. Oh, ein Teil hat sie schützt. Respekt, Kollege. Ja, jetzt werden sie ungeduldig. Leute. Jetzt wollen sie nicht mehr. Mal schauen, ob sie da ist, ja, ich kriegte es. Willst du auch mal versuchen, warum sie dann noch hat? Einfach mal nicht nach oben gehen, sondern einfach mal so, was los ist mit Laune. Wenn sie an, ob der Dab jetzt tot ist. Ja. So, Leute. Großen Cut. Wir sind nicht nach oben geflogen. Wir haben einfach perfekt. Ja, eigentlich fliegen wir nach oben. Aber ich hab sie da von unten gemacht. So. Wenn man halt schön einfach rett. Bäh. Ich werde ihnen die noch immer so machen, aber da wird ihnen die Stuhlmedizinkisten insammeln. Wenn nicht, mach ich das ganz zum Schluss. So. Und die lassen wir auch ganz langsam umkommen. Also ich glaube, ich mach's genauso wie die. Werde die alle mit Splitterbombe umhauen. Wir wollen da richtig schon lange Kämpfe machen. Das werde ich jetzt öfters so machen. So. Die haben wir ja eigentlich, sieht er. Das heißt, ich werde jetzt einmal mit Splitterbombe umnähten. Das wird nice. Ach, boi, bitte, ey. So ein Nubel, ey. Ich kann nur schaden, dass man die... Ach, du. Guck mal, ich habe noch eine Hütterbombe fertig. Bin jetzt auch Computer. Ich bin... Ich... Ich computer auch. Ich bin auch Computer jetzt, Leute. Ja. Ja. Ich bin... Oh, der ist ein Harte. Der ist ein Harte, Leute. Mal sehen, wer jetzt eher gewinnt. Heute testen wir mal die Robustigkeit der Splitterbombe aus. Du willst doch auch eine Schwitterbombe haben. Willst du eine haben? Eine schöne Schwitterbombe. Guck mal. Die Schädig-die hierhin. Weg, weg, weg. Oh. Guck mal, die Sonnenbank kenne ich irgendwoher. Wir wissen wirklich wie stark die Schwitterbombe ist. Die schlappt schon zwar für so eine Profi-Waffe. Bis jetzt haben wir noch nichts. So. 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 Erlass sie tot. Der Nipp, Alter. So. 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 noch mal einer raus nein du du warst ein böser Wurm wow Waffe Waffe hat ihn gerade, oh er war gut der war nicht schlecht jetzt stehe ich alleine da mit der STF-Kid wenn die mal, wenn die im Vorderkampf normal mach die so einfach mal, oder wenn wir Hardcore sein Unionshitterbom benutzen auf dem Baum hat ein bisschen extra Glück wenn man zu lange ist, dann werden die auch ungedeutig schluss schön die Welt zerficken, Alter schön die Welt zerficken, Alter schön die Welt zerficken, Alter der alte Borgiepiet der alte Borgiepiet Borgiepette in die Fresse boah Alter ist die Welt zerficken, ey schaut euch das an die ganze Welt ist zerbummst, ey wegen ein paar Splitterbomben ist schon geil ich mach die Karotte rauf, die mag ich meine Lieblingskarotte danach kommen wir uns auch noch mit dem Penner da hinten so, der ist weg so, der ist weg tschüss oh, jetzt ist der hart jetzt will er es wissen oh, die waren nicht schlecht, Leute ah, die Welt war ja ein schönster Fett okay wir wollen mal ich mach's nochmal mit der Bombe ich fand's nice also ich fand's cool, also ich mach's nochmal so ich muss ja mal einen Cut machen